Hallo Leute und willkommen zu einer neuen TSB-Folge. Ihr wisst ja, True Story Bro. Und los geht's. TSB ist unser Gehirn. Hey, bleib stehen. Heb deinen rechten Arm hoch. Wieso? Mach einfach. Und jetzt den linken. Dreh dich im Kreis. Braves Mädchen. TSB ist, wie die Lehrer die Noten verteilen. So, die Matheka von Max. Dieser Junge macht schon seinen Namen für Fehler. Und Gabriel, was geben wir ihm? Tja Max, dann lassen wir das Schicksal entscheiden. Hm, nein. Das kann nicht sein. Oh, was für ein Zufall. Hättest du lieber gelernt, Max. TSB ist, wenn du alleine zu Hause bist und das Gefühl hast, dass deine Eltern versteckte Kameras eingebaut haben. TSB ist diese eine Person, die alle berichtigt. Ja, das war ziemlich nice und ich war auf der Party als Einzige mit... Das heißt als Einzige. Ach, ich liebe meinen Jumpsuit. Das heißt Jumpsuit. Und ich konnte beim Sport wegen dem Knie nicht mehr mit... Das heißt wegen des Knies. Aber es heißt trotzdem wegen des... TSB ist diese eine Person mit tollen Geschenken. Der heutige Geburtstag ist, dass Papa ein Geschenk gemacht hat. Hier, mach mal auf. Na ja, wie letztes Jahr. Zumindest nicht angegessen. TSB ist, wenn du einen Witz etwas zu spät checkst. Wieso rollte er um die Ecke? Wieso ausgerechnet ein Ball? Was hat ihn überhaupt dazu gebracht, umzufallen? Wo ist verdammt nochmal der Witz? Ah, ach so, ich hab's. Ah ne, doch nicht. Scheiße. TSB ist, wenn dir jemand aus der Familie Geld gibt. Kira Delina ist Geld für dich. Nein, danke. Bist du dir sicher? Nein, ehrlich, ich brauch es nicht. Glaub mir nicht. Bist du dir ganz, ganz sicher? Nein, wirklich, ich... Na okay, wie du liebst. Na okay, wenn du so darauf bestehst. TSB ist der USB-Stick. Was hab ich schon wieder gemacht? TSB ist, wenn du morgens aufstehst und dein Bett nass ist. Dima, das ist kein TSB. Das ist eher eine Krankheit. An deiner Stelle würde ich lieber zum Arzt gehen. So Leute, das war's. Und bevor Dima noch auf irgendeinen Scheiß kommt, beende ich lieber das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonnieren apropos auch nicht vergessen. Und wisst ihr, was noch wichtig ist? Schreibt uns eure TSB-Momente unten in die Kommentare. Bitte. Und sonst wünschen wir euch eine produktive Woche. Peace out.